Stehen wir denn ab dem Hörerstein oder stehen wir hinter dem Auto? Hinter dem Auto sagt er, wenn es ja nicht in der Straße ist. Parapel! Wenn jeder nur vom Frieden spricht, so wird er niemals wahr. Wenn jeder nur vom Frieden nennt, so wird er niemals wahr. Die Aktion Gemeinsam Flagge zeigen gegen rechts. Und das ist eine Kooperation aus verschiedenen Einrichtungen des Innenstadt-Ost-Bereiches, Jugendeinrichtungen oder auch andere Einrichtungen wie Altersheime. Und im vergangenen Jahr haben zahlreiche Einrichtungen den A4-Flaggen gemalt, die irgendwelche Motive darstellen gegen Rechtsradikalismus. Und diese wurden an 10-Meter-Seilen zusammengekettet mit der Grundidee, eine ganz große Fahne gegen Rechtsradikalismus bei uns durch den Stadtbezirk zu spannen. Und der Stadtbezirk beginnt, wenn man es so will, sinnbildlich von an der Hohenstraße, erstreckt sich über die ganze Saarlandstraße und geht weiter bis nach Körne am Kaiserbrunnen vorbei. Und laut Plan sollten alle Einrichtungen Leute mobilisieren, so wie wir das auch getan haben in St. Paul-Lifatius, um diese Kette konstant zu einem Riesenelement zu machen. Und das ist der Bestandteil. Da stellen wir uns eine halbe Stunde auf die Straße und demonstrieren quasi dagegen, melden eine Aktion an, führen eine Aktion durch, damit uns eben die Rechten nicht durch den Stadtbezirk laufen. Mach's nicht aus dem Weg für den Frieden, selbst sich für die vielen Schwachen ein, bis das Gründe werden nicht vergrieben. Wer nur am Frieden denkt, so wird er niemals wahr. Wenn jeder nur vom Frieden träumt, wird er niemals, niemals wahr. Wer Frieden will, er muss etwas tun. Wer Frieden will, darf niemals tun. Es ist genauso erfolgreich wie im letzten Jahr, fast noch erfolgreicher. Im vergangenen Jahr ist diese Aktion an den Start gegangen, hat das erste Mal stattgefunden. Und die Früchte daraus, die tragen wir heute. Da sich ganz viele Leute haben sich dazu bereit erklärt, bei der Aktion mitzumachen, sind auf der Straße spontan dazugestoßen und haben gesagt, ich übernehme zwei Flaggen unten und helfe mit, die Kette konstant zu machen. Und es haben sich ganz viele Leute freiwillig erklärt, heute Morgen sich schon früh zu treffen und an anderen Aktionen teilzunehmen und darüber hinaus dann noch diese Aktion mit zu unterstützen. Im Prinzip nochmal eine 50 Prozent, fast eine 100 Prozent Steigerung zum vergangenen Jahr. Ja, nur dass wir diesmal die ganze Saarlandstraße voll haben. Und es ist zum Ende. Er muss etwas tun, der Frieden will, darf niemals tun. Mach dich auf den Weg für den Frieden. Mach dich auf den Weg für den Frieden. In diesem Sinne eine gute Aktion.